So Leute, was ist hier los? Was geht ab? Wenn die AfD zu Besuch kommt, geht es hier richtig zur Sache. Der Bahnhof ist, glaube ich, kein Taxiplatz mehr. Ich bin umzingelt hier. Umzingelt, 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 umzingelt. Auf jeden Fall fühle ich mich jetzt richtig sicher hier. Und es werden immer mehr, immer mehr, das in Freiberg am Bahnhof hier. Hier geht richtig die Post auf. Mal gucken. Da kommt die AfD nach Freiberg und so ein Aufgebot und ein Spanier sitzt im Taxi. Das gibt es doch gar nicht. Aber ich fühle mich sicher, Leute. Ich fühle mich wahnsinnig sicher hier. Mir kann eigentlich so eigentlich nichts passieren. Ja. Ja.